So meine lieben Leute, hallo Leon und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1 für den Zocken, Krieg im Ballsaal, Zocken in Modus Rush und ich habe die Far Cry Hill Visier mit dabei und ich hoffe, dass diese Runde besser läuft wie die letzte. Mal gucken, jetzt müssen wir nur noch schnell auf den Start warten und dann geht's los. Wir sind weniger, das ist schon mal cool. Das ist schon mal geil. So, los geht's. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Wieder Glück. Ein Maschinengewehr! Oh, versteckt sich direkt. Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig! Professor, du bist so ein Pisser, Mann. Der hat mich in der letzten Runde oft weggeholt. Dann finde ich es umso geiler, dass der jetzt down ist. Schade. Du bist ein bisschen da ran, mal ans Geschenk. Ich glaube, die campen auch wieder mit dem scheiß MG irgendwo. Ah, da kommt natürlich jetzt ein Panzer wieder, Mann. Oh, nein. Ich komme von hinten. Komm von hier, glaube ich. Schönes Ding. Oh, nein. Oh, nein. Nice, 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 nice. Oh, nein. Ah, scheiße. Aber der Wachstel hat das Tod, das ist ja auch schon mal was. Das ist ja auch schon mal ganz geil. Warten mal kurz. Ich glaube, wir schaffen es nicht, den Punkt zu halten, glaube ich. Schaffen wir nicht. Versuchen wir mal Dinge noch schnell zu. Ah, scheiße. Gerade gespawnt. Schade. Schade, 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 man. Schade, 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 schade. Oh, Mann. Hört doch auf, von da hinten zu schießen, Mann. Ach, ja. Hä, von... Ach, komm. Ach, ja. Ah, bin ich zu weit weg für den Medic. Komm schon, die dürfen den Punkt nicht kriegen, Mann. Ich kann auch wieder nicht spawnen. Ach, es ist herrlich. Ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht spawnen. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht wechseln. Was ist denn das jetzt? Hä, ich kann... Ich kann den Punkt nicht wechseln jetzt. Ey, das ist so lächerlich. Dieses Spiel... Jetzt... Jetzt habe ich ne... Ach, Digga. Ey, komm. Dieses Drecksspiel, Mann. Es ist einfach nur Buggy. So ein Buggyes Spiel habe ich ja noch nie gesehen, Mann. Ey, so ein verbuggtes Spiel hier. Okay, Hilfe. Und tot. Ja, ja. Aber es entschärft ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Insane humane. Komm, vielleicht haben wir Glück und er holt uns. Vielleicht haben wir Glück. Aber ich glaube nicht, so wie es ausschaut. Ich glaube nicht. Nee. Können wir vergessen. Brauchen wir nicht drauf warten. Wir holen keinen. Komm, noch 34. Schaffen wir los. Ach ja, Mann. Woher weiß er denn, dass ich da komme, Mann? Woher weiß er sowas, Mann? Woher weiß er sowas, weißt? Wir kriegen den Punkt nicht mehr. Oder? Wie ich den jetzt getötet habe, weiß ich auch nicht. Durch die Wand durchgeschossen. Geile Runde. Echt geile Runde, Mann. 9-4. Naja. Richtig beschissen, Mann. Richtig kacke. So richtig kacke läuft es wieder, weißt du? Weil er auch keinen Support hat. Wir sind zwar zu dritt als Medic hier, aber irgendwie... Naja, die sterben wahrscheinlich immer, bevor sie angerannt kommen. Umtretet vor. Kurz warten, bis sie ein bisschen gelaufen sind. Das Problem ist, die müssen stehen bleiben. Die müssen irgendwo... Bei B ist kein Schwein, nur ich bei A. Oh, das ist kacke. Das ist kacke. Ach, die kommen schon. Ah, komm. Ja. Ja. Es ist keiner da. Naja, wie willst du sowas gewinnen, Mann? Wenn keiner da ist, dann kannst du sowas auch nicht gewinnen. Ist halt so. Ist halt einfach so. Kannst nichts machen. Ja, wenn keiner bei B ist, Leute, dann ist es halt so. Ganz ehrlich, da seid ihr selber schuld dran, ey. Mit Leuten wie euch ist es schon vorherbestimmt, dass man sowas verliert. Panzer! Panzer! Ja. 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 Ich mach dich raus, Alter. Es macht keinen Bock, Alter. Es macht echt keinen Bock. Ich zockt die Runde jetzt nur wegen euch zu Ende, ne? Nicht, weil ich es möchte. Ich zockt die jetzt zu Ende, weil ich euch einfach eine komplette Folge bieten will, ja? Aber danach hör ich auf. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, ganz ehrlich. Es macht keinen Sinn, alleine zu zocken. Es macht keinen Sinn, das Ganze alleine zu spielen, ne? Es macht einfach keinen Sinn. Du hast keinen, du hast null Support. Null. Weil die Leute auch nicht wissen, was sie machen müssen, Mann. Das kommt auch noch nicht zu. Vielleicht hab ich auch einfach grad eine schlechte Lobby hier. Vielleicht hab ich einfach grad auch eine schlechte Lobby, das kann ja sein, Mann. Da ist einer drinnen. Das zeigt sich natürlich nicht. Sehr schön. Ja, ich bin schon längst wieder... Erste Hilfe für dich! Braucht jemand erste Hilfe? Du bist verletzt, ich zieh mir das an. Hat jemand Munition? Das Munition, sehr schön. Ja, den hab ich nicht gekriegt. Den hab ich nicht gekriegt, Mann. Und wieder verkacken wir die Runde, ne? Wieder verkacken wir den Punkt. Medics, kommt. Danke dir. Wir haben den Punkt wieder, sehr nice. Ja. Von hinten, glaub ich. Ja. Alter, 71 mit einem Kopfschuss. Boah, das ist aber auch heftig. 71 Schaden mit einem Kopfschuss mit der Farqua. Das ist heftig. 71, Mann, das ist echt heftig. Das ist krass. Das ist auf jeden Fall krass. Ich krieg dich wieder hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aber jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ach, schade. Naja. Lächerlich. Lächerlich. Wir haben schon die Runde mal noch zu Ende und dann Feierabend. Da mach ich Schluss, Mann. Da mach ich, verdient Schluss. Ich mach auch, glaub ich, nochmal extra ein Video dazu, Leute. Ich will ja Battlefield einzogen. So ist es ja nicht. Ich hoffe, dass noch ein paar dabei sind und ein paar schauen. Ich will ja Battlefield einzogen. Das macht auch Spaß. Aber alleine ist halt so das Ding, wisst ihr? Alleine ist halt... Das ist schwierig. Alleine dieses Spiel zu meistern, das ist nicht einfach. Alleine gute Runden hinzulegen, ist schwierig. Es sind immer mal wieder welche dabei, aber... Ja, es ist nicht so einfach. Und das ist das Problem, was ich hab. Naja, man kann ich es nicht treffen. Ein Snipe da hinten wieder. Oh, ich hab ihn fast getroffen, Mann. Vielleicht treffe ich ihn doch nochmal. Ne, schade. Er versteckt sich jetzt, ne? Weil er fast tot ist. Er snipet uns jetzt gleich in den Rücken, deswegen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Panzer fährt natürlich direkt. Ich hab auch keine Munition mehr. Ey, die haben zwei Panzer? Was ist denn das? Was ist denn das, dass die zwei Panzer haben, bitte? Das ist doch nur mehr als unfair. Also ohne Scheiß. Das hat doch nichts mehr mit fair zu tun in diesem Spiel, oder? Also jetzt mal ohne Müll. Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Das ist einfach nur Schwachsinn. Ey, sowas Unfaires habe ich ja... Ey, ganz ehrlich. Dice, bitte. Wacht langsam mal auf. Das kann doch nicht wahr sein, was ihr hier veranstaltet. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das kann doch langsam nicht mehr wahr sein. Da kann doch irgendwas langsam nicht mehr hinkommen. Arterie hat keinen getroffen. Sehr schön. Bei B sind sie auch schon. Schaffen wir nicht. Ich bin alleine, Mann. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ja, jetzt haben sie den Punkt eh schon zerstört. Scheiße. Jetzt haben sie den Punkt eh schon zerstört. Kacke. Schade. Das ist jetzt natürlich ein Kackpunkt, sag ich mal. Das ist ein äußerster Kackpunkt jetzt. Komm schon, hol den Panzer los. Nice, 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 nice. Sehr schön. Hier, erste Hilfe. War Munition. Munition. Ach, scheiße. Hellriegel. Jetzt wissen sie wieder nicht weiter. Jetzt weiß er nicht weiter der Luca. Jetzt muss er Hellriegel nehmen. Das sind jetzt wieder die richtigen. Ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt muss ich Hellriegel nehmen. Ich bin so hässlich. Ach, guck mal. Mit anderen Waffen läuft es nicht. Nimm ich lieber die Hellriegel. Damit läuft es immer. Ach, das sind unsere Leute hier, okay. Es kommen noch 40, man. Ich meine, 40 sind eigentlich noch arschviele, man. Set mir jetzt einer. Munition. Schnell. Hat jemand Munition? Ich kletter mal hier hoch, glaube ich. Ich weiß jetzt mal, wenn ich hier hochkletter. Ob hier oben welche sind? Sieht nicht so aus. Geil. Jetzt kommt einer. Da kommt einer. Wir haben eigentlich gute Punkte jetzt hier. Es könnte was werden. Dürfen jetzt halt nur nicht hochkommen. Dürfen jetzt halt nur nicht hochkommen. Aber die kommen bestimmt. Da kommt, glaube ich, schon einer. Oder? Ne, doch. Nichts sah so aus. Ist da einer? Oder hinten. Er ist oben. Ach, die holen sich schon. Jetzt kommen sie vielleicht hinten hoch. Da müssen wir aufpassen. Jetzt kommen sie bestimmt hier hoch. Mal gucken. Einer habe ich gehört. Einer läuft hier irgendwo. Komm schon noch 20. Das schaffen wir, Mann. Los. Komm schon. Das schaffen wir. Der kommt jetzt aber hoch. Der kommt jetzt aber hoch. Na los. Doch nicht. Was ist denn mit den Leuten los? Sonst kommen die doch immer alle hochgerannt. Ist egal. Oh scheiße. Jetzt ist hier hinten Action. Jetzt sind Sau drin. Oh, da ist noch einer. Ich habe es gar nicht gepeilt, Mann. Vielleicht Artillerie holen. Hol doch Artillerie, Mann. Hast du jetzt geholt oder nicht? Es ist verbuggt. Es ist verbuggt. Komm, heil dich. Ich habe doch gerade Heilung herge... Ich habe doch gerade Heilung schon... Ich habe doch gerade dreimal Heilung vor mir geschmissen, Mann. Was ist denn das? Dreimal, Mann. Komm schon. Komm schon. Ah, die haben Flammen, Mann. 30, 10, 3er KD. Ging ja doch noch ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen, Mann. Dieses Drecksspiel, Alter. Ne, ich brauche jetzt mal eine kleine Pause, Mann. Ich brauche eine kleine Pause von Battlefield. Vielleicht brauche ich echt wirklich mal eine kleine Pause, Leute. Also die zwei Runden, die haben es mir jetzt wieder gezeigt heute. Also, vorgestern und heute. Ja, naja, gut. Leute, ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Schreibt doch einfach mal Feedback, wie es euch mit Battlefield 1 geht. Habt ihr langsam die Schnauze voll? Wie findet ihr es, wenn ihr alleine spielen müsst? Wie läuft es da bei euch? Läuft es da gut? Oder sagt ihr da, hey, nee, komm, alleine ist es fast unspielbar geworden, dieses Spiel. Du hast kaum noch Support. Und ja, es ist halt schwierig, da irgendwie einigermaßen gut zu stehen. Würde mich mal interessieren, Leute. Ich hoffe, ihr gebt mal eine kurze Info. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Partner. Servus.